zu dritt mit ui wie ist das passiert es kann ja das zieht natürlich jetzt die ganze gruppe wieder runter was mich ein bisschen wundert hatte ich ein trio ist schweißt eine party aber die sparte ja passt auf jeden fall das motiviert natürlich alle wieder warum wird da nicht gleich neue sachen pflanzt es wird jetzt irgendwo sind gegangen eine aurora leuchtendes ein leuchtendes polarlicht erhält den himmel kann die laune verbessern das dingere braucht wieder behandlung machen wir das einmal so die aurora ist vorbei 52 prozent 65 prozent 62 prozent 87 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Na ja, das ist nicht so schön. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die machen das spannend. Die machen das spannend. Okay, ich glaube, da muss ich mal das Näschen schneizen, kurz. Das Näschen ist geputzt. Das Näschen ist geputzt. Ich habe auch gleich ein paar Taschentücher mitgenommen. Da haben wir noch die Sicherheit. Und der Sackerlauch, weil ich währenddessen schneizen muss. Wenn ich das währenddessen machen muss, brauche ich natürlich nachher nicht aufstehen. Die machen das schon an. Die machen das schon an. So, mal alles aufstehen. Das ist nicht so, mal alles aufstehen. Das ist nicht so, mal alles aufstehen. Das ist nicht so, mal alles aufstehen. So, die Frage ist, wie greifen die an? Was haben die da jetzt für eine Taktik? Oder... Jetzt brauche ich keine Vorratskapseln. Okay, also das hat sich schon mal erledigt da oben. Das war sehr Glück. wir schon mal die Taktik. Das war 1. Die Taktik muss sich ja schon aufstehen. Das war 3, 2, 3. Und dann schau der Taktik. Die Taktik muss man sehen. Wenn das eine Taktik hat sich verletzt geht. Lasst die Taktik zu schließen. Und dann habe ich die Taktik in denn eine andere Taktik. Und dann das ein Taktik. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie ist das passiert? Das kann nur... Kopfschuss. Okay, Stingri feuerte sein Revolver auf Salazar. Stingri schoss. Revolverkugel von Stingri verflügt. Stingri entlood. Salazar stolpert beim Versuch zu entkommen. Stingri flog hoch in die Luft. Ah, das kann nur ein Kopfschuss geben. Das ist kacke jetzt. Oh, es ist richtig kacke. So. Okay. So will man es ja natürlich nicht haben. Ach Gott. So, schauen. Ist irgendwer verletzt? Tod in vier Stunden. Okay, die Snoket versorgt ihm einmal. Was kann er denn überhaupt? Der ist 39. Gut, wir müssen auf jeden Fall ein Grab basteln. Gut, wir müssen auf jeden Fall sein. Das macht den McFish-Bundet sicher fertig. Die Vorratskapseln. Ja, schön. Können wir da auch wegtragen? Was haben wir da? Stingri wurde erschossen. Die letzten Ergegnisse im Leben von Stingri. Ich bin mal. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist da jetzt gestanden? Schau, schau, da gibt's Alpakas. Auch nicht schlecht. Gut, aber... Irgendwas fehlt jetzt sicher wieder. Ja, der Bergbau. Das Dingere, er war zwar nicht mehr der Jüngste, aber er war ein sehr wertvolles Mitglied. Der hat schon was drauf gehabt. Und jetzt weilt er nicht mehr unter uns. Und jetzt... Und jetzt... Und er hat unsere Tierchen auch betreut. Ui, 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 ui. Okay, der Fadim. Warte mal, der Fadim macht das jetzt da. Tierpflege, 2, 2, okay. Okay. Ja, die Snocats halt auch schön langsam. Tiere. Da tut sich ja gar nix. Ah, die transportiert. Okay. Da müssen wir das auf einstellen. Dass das priorisiert wird. Ah, nicht schade, das da nix passiert. Okay. Okay. Amen. Amen. Amen.